Hallelöle! Zurück hier wieder mal bei LS. Und es gibt jetzt was wirklich geiles. Weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, aber es gibt hier Momentos. Momentos. Ich glaube, das müsste hier sein. Na, gib bitte. Wo sind denn die jetzt? Ja, wo sind die denn hin? Die sind alle weg. Die sind alle weg. Wo muss denn das sein hier? Diverses vielleicht? Dann geh mir... Ah, hier. Da ist mal eine. Kleine BGA. Ist das nicht schön. Platzierbare Mini-BGA. Die testen wir auch gleich. Wir machen jetzt extra hier mal hin. Ich habe ja extra ein bisschen Geld gechilltet, ne? Da haben wir noch eine. Das ist ein bisschen größer. Dann machen wir hier, hier, irgendwie hier. Ne, komm, wir können ja hier dann so und so, ne? Ist das gerade? Ist nicht gerade. Ist gerade. Ist nicht? Ist nicht? Ist nicht? Ist nicht. Ist gerade. So. Fehler haben sie ja keine. Das eine kommt von... Gibt es auch Mod-Tab? Das andere habe ich bei verbinden gefunden. Oder Mod-Toaster. Muss mal gucken. Also, die hier hat es keine. Doch, hier hat es eine Anzeige. Okay. Also, das sollten ja laufen, ne? Da sollten ja eigentlich auch hier Dinge rein. Also, wie das aussieht, ist das vom Gleichen hier, ne? Der hat genau das gleiche Zeugs drin. Weiß man nicht. Aber die sieht irgendwie schöner aus hier, ne? Aber das ist doch geil. Jetzt kannst du hier schön auf dem Hof hier... Äh, Silage, die sieht ein bisschen kacke aus. Wir gehen mal gucken, wo ist denn hier F5? Hier hat es... ...ein Trigger. Zwei. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Äh... Nee, das tragen wir doch nicht rüber, komm. Wenn wir schon ein Fahrzeug haben, dann fahren wir da auch rüber. Gott, gib Gas. Ähm. Fahren wir gerade so rein. Habe ich ja extra hier so gemacht, dass man da reinwirken kann. Oh, Gott. Äh. Gott, ich kann so nicht arbeiten. Jetzt wollte ich kuppeln. Vor lauter ETS hier. Nee, aber jetzt kommt, äh... ...Ele so ein bisschen in Schwung hier, ne? Das ist doch schon mal geil. So, dann gehen wir mal gucken. Ich will nämlich hier... Ja. Ja, ist ja gut. Lad das Zeug auf. So. Immer schön aufladen. Wir brauchen vier Stück ungefähr. Äh, Geld müssen wir wahrscheinlich dann noch nicht bekommen. Aber mich nimmt es Wunder, ähm, ob sie dann da in der Lua gemacht haben oder nicht. Oder ob sie das da... Ob Giants da was vorbereitet hat, dass man... ...hier BGA auch so machen kann. Komm. Mach zu. Mach zu. Mach zu. Mach zu. Mach zu. Und jetzt gucken wir rüber. Machen wir so. Und dann ballern wir die da rein. Und dann gucken wir mal. Also wenn die Anzeige hochgeht, dann ist es gut. Ja, das Geld kommt dann wahrscheinlich dann eher... Äh... Dann fahren wir hin. Hier die Mitte. Die goldene Mitte. Mach mal ein Z hier. So, hier reicht es schon. Dann ist es gleich weit. So. Mal schön abkippen. Dann nehmen wir mal hier so eins. Und dann jagen. Okay. Ach so. Eine fette, 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 fette Kohli gemacht. Und die ist auch weg gewesen, ne? Ja. Schwupp. Geld noch nicht da. Aber hier drin ist es. Müssen wir dann gucken. Wir können auch schreiben. Äh... 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 Ja. Äh... 23 Uhr... 50. Jetzt sehen wir zwar nichts. Aber um 0 Uhr sollten wir das Geld bekommen. Jetzt schmeißen wir das Hochbaum drauf. Und es hat Schwupps gemacht. Die fängt an zu laufen. Ich weiß jetzt. Ich glaube, die kleine ist von... Von Motab, ne? Gut. Jetzt haben wir da ein bisschen drin. Die Zeit ein bisschen hoch. Jetzt muss man rechts oben dann gucken. Was sagt denn dann, ne? 32, 33. Wir können ja die Haken ein bisschen schneller machen. Und Gülle müsste dann eigentlich auch... Müssen wir aber hinfahren, ne? So. 0 Uhr. Wir haben Geld bekommen. Fette, geile Scheiße. Fette, geile Scheiße. Ähm... So, jetzt sehen wir wieder was. Ist das nicht schön. Ich find das geil. Und ohne Fehler, eh. Jetzt kann man sich hier... Geile, fette... Dinger machen. So richtig... Geile... BGA's. Da müssen wir ja eigentlich hier... Das gar nicht mehr... Stimmt. Shut the... Gute Idee. Gute Idee. Ich hab gute Idee. Dass man das hier so macht. Ne? Ne Map baut ohne BGA. Und die BGA als platzierbar rein gemacht. Also in der Map schon drin. Und dann... Wenn die nicht so groß ist... Kann man... Dann einfach sagen... Okay, an dem Platz mach ich mir ne BGA. Das Problem... Ne. Die haben sogar hier... Die haben sogar... Hohohohohohoho... Geil. Man kann nämlich jetzt hier... Äh... Ach hier, die fetten, großen, fetten Dinge... Äh, Scheiße. Bisschen zu groß. Da kannst du nämlich sagen, okay, ja, fett groß, fett scheiße, äh, man könnte sagen, dass man jetzt zum Beispiel sagt so, ja, äh, ja, oder, dass man hier so sagt so, palim, palim, würde gehen. Man könnte sogar hier noch eins machen und da noch eins. Und dann hast du deine eigene BGA. Goll. Goll. Oder man baut sich halt seine BGA selber. Ist doch viel besser. Oder nicht? Sicher ist das besser. Natürlich. Jetzt muss man halt noch gucken, welche BGA man würde sagen. Also die gefällt mir besser hier, ne? Die gefällt mir einfach viel besser. Muss in der Güller-Scheiß. Ah, da hat er... Das muss der Güller-Ding sein, ne? Da hat er einen riesen fetten Ding gemacht. Gärreste Ausgabe. Ne, Ausgaste. Gäste, 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 Reereiste. Gäste. Okay. Anlieferung Gülle. Hey, ist ja noch viel besser hier. Da ist aber der Trigger ganz tief, du. Ah ja, wenn es funktioniert. Aber schon nicht schlecht. Muss man schon sagen. Ich glaub, da hab ich schon mal schon ein Dings gesehen. Hey. What the hell? Okay. Aber geil ist es schon. Muss man echt sagen. Boing. Ich glaub, das hab ich schon mal gesehen hier. Ah, da hat er Kuli drin, ja. Äh. Ich find's geil. Wir können auch mal gucken. Was war mit Diverses? 124.000 255.000 Das ist eigentlich nur den ganzen Preis, der okay ist, oder? Und jetzt kann man so viel BGA's machen, wie man möchte. Das ist doch geil. Das ist doch einfach mal geil. Wildbach Bio G. Wie so Wildbach. Aber die kleine BGA kannst du natürlich jetzt schön hier beim bei dir zu Hause hinballern. Die große für die BGA Ja, das ist doch geil. Oder nicht? Ich find das geil. Ne, die Tür brauchen wir nicht. Was wir eigentlich machen müssen, wir müssen noch ein bisschen pützen hier, glaub ich. Weil ich wollte grad sagen, Babywoller haben auch schon. Ne, äh, Schaufwoller haben auch schon. Und das bestimmt wieder schmattig. Weil wir nicht gucken können. Ich versteh das eigentlich auch nicht ganz. Wenn die Viecher auf dem auf der Wiese sind, da brauchen wir nicht nur Zusatzfutter. Vor allem nicht Gras, wenn sie schon Gras fressen können. Da müsste man das Gras weggehen. Das wär natürlich auch in Deutschland geschauen, ne? Wenn das Gras weggeht, werden die fressen, dann sagen wir, okay, ja, ne, die Wiese ist leer, also ist, äh, hier nix mehr zu futtern. Und diese Kühe sind drin. Ne, die sind auch draußen. Ja, war ja. Äh, hab ich den? Ich hab doch den gar nicht weggefahren. Achso, ich hab doch hier das, das Milchfutter-Zeugs gehabt hier. Ja, das hat irgendwie nicht so funktioniert. Hab ich alles reingeballert, Stroh, Gras und Dings da. Wollten Milchfutter rausnehmen und kam alles einzeln raus. Also irgendwie funktioniert der dort nicht so gut. Aber egal, ich mach das eh mit dem Milchfutter. Mit Futter. Und, äh, ja, wenn jetzt die Produktion kommt, dann kann man da wieder starten. Bin immer noch am überlegen, ähm, wie eigentlich jetzt, äh, wenn jetzt das alles kommt, wie das jetzt eigentlich damit aussehen soll. Ich war ja da hinten auch im Walde. Nee, das ist doch falsch, du Pflaumenus, du. Da unten war ich. Da. In Farzöch, als Scheitteigen. Ich hab da ein bisschen geschnetzelt. Da hab ich mir so ein Polter gemacht. Aber einfach mehr so, ähm, Pfosten vom Zaun genommen. Da hab ich mal ein bisschen aufgeladen hier, ne? Dass es auch schön aussieht. Da hab ich noch ein bisschen Holzen gemacht hier. Läuft eigentlich ganz gut. Hier hinten müssen wir noch ein bisschen schnitzeln. Ähm, ein bisschen Hackschnitzel verkaufen. Aber ansonsten läuft's gut. Hier auch der verkromte Fenty. Ja, auch nicht schlecht. Also mir gefällt ja hier der, wo ist er denn? Hallo? Hier, der blaue Felt, 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 Felt mir so besser, ja. Habe ich mir den Harkandlift geholt. Kann ich nämlich schön hier die Container hinballern. Und dann hier ein bisschen arbeiten. Aber ansonsten, ähm, ja. Ja, irgendwie, ja. Ne? Es ist... Hey! Jetzt hab ich doch grad geputzt. Scheißviecher. Jetzt hab ich doch extra schön geputzt hier. Ah, da frisst noch ein bisschen hier. Da kannst du noch mehr Unordnung machen. Äh, noch nicht voll. Ähm, ja, ist irgendwie... Ja, es fehlt halt irgendwie was. Ähm. Meine, schön wäre ja schon irgendwie, dass Chines da schon gemacht hätte. Irgendwie. Meine Hafer ist ja für... Für Chines eigentlich, äh, schnuppe, kacke. Egal, weil... Machst du ja mit den gleichen Geräten. Äh... Und die scheiß Zuckerrohr... Ist mir eigentlich so ein Piepe-Scheiß-Egal. Und, äh... Ja. Oder Baumwolle, meine ich, ne? Zuckerrohr haben wir ja im... 17er schon gehabt. Nur DLC, aber... Naja, ich mein, hier bin ja Europa hier, ne? Nicht irgendwo in Pakistan oder so, ne? Pakistan. Äh, Wasser. Ne, haben sie alles. Scheiße. Äh, das reicht. Die müssen nicht so viel fräsen. Was haben wir denn? Milch. 10.000 Milch. Eine Karotte, Dürken. Ja, die... Die Hühner hören mal, wie sie hin. Ja, ne. So ist es. Müssen wir eigentlich noch hier die Milch ein bisschen auftanken. Ich hab da ja extra hier ein Ding. Ein Ding. Ich hab extra Ding. Ne, ein, 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 ein... Harker-Lift. Mit dem Container drauf. Also in echt ist es ja... Ähm, weil es ja... Wegen der Zulassung und so, ne? Nimmst du nur einen Hänger. Ähm, aber hier spielt es echt keine Rolle, ey. Hast du hier keine Zulassung oder sowas? Dass du die Zulassung bezahlen musst. Für jedes Fahrzeug. Äh, N, R. Ja, schmeiß rein. Das wäre natürlich auch noch irgendwas, ne? Dann würde sich der Hakenlift eigentlich auch rentieren. So, wo fahren wir denn die Mumu hin? Papa hat keine Mumu. Mama. Mumolpelei. Dann fahren wir zum Molpelei. Fahren wir hinten raus. Ui, ist ein bisschen schwer, du. Oder? Das wäre ja natürlich, wenn du jetzt hier wirklich noch musst, in der Zulassung bezahlen. Das müssten wir aber irgendwie so machen, irgendwie mit einer Nummer hinten. Also, Nummernschild. Und wenn du nicht bezahlt hast... Und was passiert dann? Ne, du bezahlst automatisch. Da musst du für jeden Hänger... Oder... Träger zum Beispiel, oder... Selbstfahrendes Fahrzeug... Müsstest du doch irgendwie so deine Steuer zahlen, oder? Dann könnte... Dann würde sich natürlich hier so ein Hakenlift... Kausst du einmal... Und dann hast du Einhänger, wo du bezahlst... Und nichts sehen. Tada! Geile Idee, ne? Stimmt aber irgendwie. Dann würde sich der Hakenlift echt... Nun... Müssen wir eigentlich hier... Dann müsste Chines den Hakenlift direkt reinmachen. Und dann... Würde sich jeder ein Hakenlift holen, weil es günstiger ist. Stimmt schon, oder? Naja, bin nicht dumm. Ne, ne, ne. Doch ein bisschen schon, weil ich... Einen anderen Träger nehmen hätte sollen... Haken hätte, 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 hätte... Fahre Kette. Ach, leck mich. Ist ja nicht mein Land. Aber schön sieht's schon auf, hier, die Map, ne? Wir fangen vorhin für die erste Map für den 19er war das eigentlich schon. Ne Döne Map. Obwohl die Straße eigentlich gerade flach ist. Aber sonst hügelig, schön... Kurvig. Alles so, wie es sein soll, ne? Na, das ist schon gut. Ich hab jetzt angefangen für die V2, ne? Da gibt's dann mehr Platz. Da ist eine ganze Map voll. Wo man ja neben halt so BGA noch machen kann... Haben wir zwar schon drin, aber... Dass wir dann auch hier Verkaufsstellen... Zum Beispiel hier links... Kann man ja einen Hof machen oder eine Verkaufsstelle. Das wird ja da wahrscheinlich dann hier auch so fixfertig wie hier rechts... Sein, wo man sich das hin platziert. Eine Straße pinseln kann und dann hast du es. So, jetzt furzen wir hier hin. Und dann... Versuchen wir... Versuchen wir, versuchen wir... Heeeey... Wo ist denn hier... Ah, jetzt? Ich wollt grad sagen, du! Das wäre nur Scheiße gewesen. Aber... Ja, ich wollt eigentlich diese... Diesen, diesen, ähm, Ding hier mit dem LKW verbinden. Nur, ähm... Der hier, was war das? Der von, von Ding... Mut... Hab... Ähm... Ja, geht das nicht. Ja, nämlich eine Scheiß-Kone und dann verhängt sich das alles und fliegt in die Luft und weckt unser... Scheiß-Dreck. Musste ich einen anderen LKW holen, aber es sah scheiße aus. Weil ich wollt nämlich endlich mal so'n... Ein Ding haben. So'n... Ey, oder so'n Milch-LKW, ne? Ein Molky. Jetzt hab ich halt einen Hänger. Das wär schon geil, so'n... Milch-LKW. Das wär schon gut, aber ich find keinen. Gut, wir müssen aufhören. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal, wir schauen wieder rein, dann... Gibt's momentan ein bisschen so... Ähm... Ein Durcheinander von... Spielen, wo ich spiele. Moment, so ein bisschen... Minecraft auf dem SliciTV.de Server. Äh... Ein bisschen Minikraft da, weißt du so... Ähm... Ist ein öffentlicher Server. Bis 1000 Leute können da rein. Da hast du schön so'n Platz, wo du bauen kannst. Und dann... Du musst da hier das Zeug sammeln. Und dann wieder zurück. Und dann ist's gut. Äh, läuft eigentlich gut. Läuft eigentlich gut. Können wir auch mal reingucken, wenn ihr wollt. Dass wir da auch mal ein bisschen gucken. Aber ist schon... Ist schon gut da. Also, oh, da. Ja, wir können da mal reingucken. Wir gucken vielleicht nächstes Mal schon rein. Und dann sehen wir, was passiert da. Gut. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wir sehen uns. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.